Herzlich Willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Ammersreiter. Viel Spaß! Wer das jetzt mit der C-Dor Tonleiter verstanden hat, der kann auch jetzt hier den nächsten Schritt nachvollziehen, nämlich unser Alle meine Entchen Lied. Ihr erinnert euch noch an unser erstes Rätsel. Das wollen wir jetzt in Notenschrift umsetzen. Und ich spiele den für euch. Ihr erinnert euch. Und diesen Block setzen wir jetzt in unsere Notenlinien ein. Dann sieht das so aus, dass wir hier wieder aufsteigend unsere Töne haben, diesmal mit Notenwerten. Aber wie gesagt, die interessieren uns in diesem Videokurs nicht. Ihr seht jetzt auch der nächste Block. Da haben wir die Töne schwimmen auf dem See. Und diese Dü 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 finden wir Dü 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 wieder. Und diese absteigende Kugel können wir auch hier sehen. Zuerst liegt die Note im Zwischenraum und dann liegt sie auf der Linie drunter. So bringt man einfach ganz viele Notenwerte unter und das Ganze viel platzsparender und einfacher als wenn ich hier mit bunten Kugeln operiere. Außerdem kann ich hier die Abstände genau abzählen zwischen den Linien und den Zwischenräumen, was hier irgendwie schwer möglich ist. Also dieser Sprung da hinten, wenn ich die Farben weglasse, kann ich nur noch raten. Hier kann ich es genau abzählen. So jetzt könnt ihr einfach in Ruhe nochmal auf Standbild gehen und das Ganze nachspielen und euch nochmal angucken. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil mit dem nächsten Rätsel.